So, willkommen zu Hitman 2016, Episode 1 in Paris. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Oh, die Alte ist da, okay. Die steht aber richtig beschissen. Wäre schön, wenn sie ihren Champagner noch getrunken hätte. Ah, ich habe das vorher nicht gesehen. Ich habe zwar das Gift gesehen, aber ich habe da nicht den Champagner gesehen. Dann hätte ich's ringgekippt, die Alte hätte gesoffen und dann wäre die schon durch gewesen. So eine Scheiße, ey. Na ja, manchmal ist das so. Was war das letzte Mal da? Äh, das Phantom des Palastes. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Chronischer als Vampirmagier verkleidet. Für meinen nächsten Trick Eliminieren Sie ein Ziel mit einer Explosiven des Ulfers als Vampirmagier. Ja, ey. Das ist Wahnsinn, ey. Kannst gar nicht alles schaffen. Wäre schön, wenn ihr euch die Alte nochmal zurückgehen würdet, das Zeug saufen würde und dann aber... Sieht nicht so danach aus. Hatte ich überhaupt noch Rattengift ein bisschen? Nee, weil... Haben wir da alle drin gekippt, ey. Ach, shit, ey. Jetzt ist die Frage, wie legen wir die Alte um? Herr Kruger? Nein, bitte. More care. Weil wir wollen es schön sauber und schön diskret machen, ja. Es muss richtig sauber auf die Bühne gehen. Jo, die bleibt da stehen Wahrscheinlich Ich werde mich erstmal um den anderen da kümmern So, erstmal gucken, wo der Spinner ist, ey Da unten, ne Eine Überbauungskamera, das hat sie gefilmt Oh, shit, ey So, gehen wir nochmal hier runter Ah, da ist er Ah, das wird nicht einfach, ey Der Bodyguard stört Auch ein bisschen, ey Ah, scheiße, wir hätten mal oben bleiben sollen, ey Dann hätten wir eben das Ding auf den Kopf geknallt Ah, kacke, ey So, jetzt haben wir hier irgendein Feuerwerk ausgelöst Ja Da wird der Spinner wahrscheinlich hinrennen Mal gucken, wo ist er Da unten Ah, na gut, wir hätten ihn auch mit dem Kronen-Statort töten können, ey Ah, er ist sauer, ey Jetzt rennt er da natürlich hin, ey So, schnauze Feuerobtion, der ist erstmal tot Und erst mal hier schön verstecken Am besten wir verkleinen uns nochmal, sicherheitshalber Oder behalten die Kleidung an Eine Winde, okay So, wir gucken nochmal Die wird nach oben sein, wa? Jo Okay, die rennt immer noch da rum Also müssen wir wahrscheinlich Das Problem anders lösen Hm Ich meine, von hier aus könnten wir die Ja, könnte man da erschießen Das würde keiner mitkriegen Ah, jetzt rennt sie weg, ey, scheiße Schlecht Kacke Naja, Quash ist nicht voll Und sie hat einen Bodyguard Die soll hier mal das Zeug saufen Ich meine, der könnte ja so radikal sein Hier ist eine Schere Mal gucken, ob wir die Tür überfluten Vielleicht kommt ja einer hier rin Wir speichern hier sicherheitshalber mal Falls das schief geht Weil die könnte ich alle Alle wieder erschießen Okay, gehen wir mal wieder hier rin Ne, warte mal Das war scheiße Das machen wir nochmal neu Ich weiß gar nicht, wie die das mitgekriegt haben Ich weiß gar nicht, wie die das mitgekriegt haben Das da über Wasser rauskommt Hm Eigenartig, eigenartig So, haut mal rein Genau Jetzt ist da nur noch einer Na ja, zum Glück haben wir einen Schalldämpfer Warte mal, den könnten wir eigentlich hier rin packen, oder? Sehr schön Ist das Problem auch gelöst Ah, jetzt rennst du wieder da lang Ah, komm, komm, komm Tür öffnen So, dann ist er schon mal weg So, dann ist er schon mal weg Sehr schön Das war richtig gut Und dann, wenn die Alte hier wieder rin kommt Falls sie rin kommt Dann können wir die Leute da umnehmen Aber sie ist jetzt wieder hier draußen Das heißt, wir können hier zuschlagen So, und das können wir hier Oh, Alarm Ich hoffe, wir schaffen, bitte Wir speichern mal ab nochmal Falls wir hier draufgehen Ach Naja, die sehen mich gleich, ey Alles klar Oh Mann, ey Zum Glück haben wir abgezavet, ey Kommen wir hier nicht irgendwie rin? Ne Oh Mann, ey Okay, müssen die hier langkommen jetzt Verpiss dich da, Alter Oh, sehr schön Jawoll Wie war Moskau? Kamurov ist weg Kamurov ist weg Ich sete ihn auf als Langley spy Es ist quite the scandal at the FSB His death will not be investigated Your turn Very well The secrets of the global elite Five years of work Everything we've collected This thing makes Wikileaks look like a gossip rag The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen Smile, Victor Your reputation is safe Now run along I'm sure you have pretty dresses to attend to Victor Good luck with the show I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for Ja, sehr nice Na ja, immerhin Strafe für nicht Zielkill ok scheiß drauf, hab's ja geschafft ja wenn ihr mehr sehen wollt von den Videos könnt ihr mal in die Kommentare schreiben weil dann müssen wir uns nämlich die ganzen Erweiterungen käuflich erwärmen, wenn ihr Bock habt ok, haut rein bis zum nächsten Mal, bis dann